Jetzt haben wir hier unnütze Armeen, sehe ich das richtig? Ja. Na gut. Genau, stetig mal auf die Feste. Da kann ich dann nämlich einmal draufhauen. Hallöschah. Ach, war genau verkehrt rum. Das war wieder sehr clever von mir. Und einmal wegbumpen. Na? Äh. Braucht nicht so viel Bummen, wie ich gedacht habe. Ja. Ja. Das war natürlich klar, dass jetzt Eingeborene reinkommen, ne? Das nervt gerade ganz gewaltig. Und wieder was kann ich denn da ausheben? Nicht. Nicht ist nicht gut. Und weggesendelt. Das gleiche machen wir jetzt mit denen da oben noch. Ja. Stopp. Ist es schnell? Okay. So geht das. Irgendwas ist fertig. Ah. Päpstliche Universitäten. Gerne. Danke. Danke. Gerne. Danke. Auf Wiedersehen. Äh. Okay. Die Rebellen habe ich auch nicht mehr gedacht, dass da welche waren. das hat sich ja auch schon erledigt. Ich frage mich, warum der Engländer so viele Truppen hat, ey. Wer das geschafft hat. Ah. Sehr schön. Dann gehen wir noch schnell auf die Hauptstadt. Vielleicht können wir uns da den Rest dann schnappen. Was? Bankrott. Hä. Die erholen sich hier noch sehr langsam. Ist halt ungünstig. Auf eigenem Land müsste es schneller gehen. Oder wie war das? Oh. Die haben wir aber noch ordentlich zugelegt, hä? Na gut. Einen gewissen Nachrichten. Unter den Papieren des Papst wurde eine Notiz von Vitore Emo unseren großen Führer gefunden. Mein Papst, ich habe mein ganzes Leben an euch und Königreich Gottes nach besten Kräften gedient. Mit schweren Herzen muss ich jedoch meinen Rücktrick als großer Führer ankündigen. Die kürzliche Kriegserklärung gegen Norden hat eine Grenze überschritten und ich kann angesichts eurer Verbrechen gegen meine religiösen Brüder nicht länger schweigen. Oh. Okay. Hat das ein Dienst? So eine Säure, haut einfach ab. Aber ich habe schon einen Ersatz für dich. Kollegah. Und auf zur nächsten Fester. Was? Was? Unkompetente Diplomaten. Danke. Schönen Dank auch. Zoll auf Zuckern. Lass mal. Oh, ich glaube, die kann man abberufen. Da fehlt bloß noch einer. So. Und den hier hinschicken. Ist ja eigentlich auch gleich durch. Ja. Naja. hier jetzt natürlich ist so toll so ist das auch erledigt wir haben nicht sehr viel handelseinfluss schaden so kann man auch kolonien gründen alles schon belegt hier könnte man auch ein bisschen da sind es auch england so Portugal alles australien er musste ja ich noch truppen hinschicken sonst würde es nicht am besten da drüben dauert auch noch ein bisschen kann man die kolonie übernehmen danke da müssen wir ja noch ein bisschen was hinzufügen das ist schon das auch okay ah beide gleichzeitig fertig geworden das hier fällt mir mit dem wir das gleich ist schon das läuft ich bin ich wieder voll über das regierungslimit jetzt wird es dann teuer so kolonie ist gleich besetzt truppen hier füllen sich auch nicht auf okay ich schicke mich noch in london kannst du mal hier irgendwie in der küste bleiben oder so wieso ah wir haben pizanz integriert sehr schön Königreich Gottes ja das zieht sich jetzt etwas komisch ja schon wie ja 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 ich weiß ein bisschen drüber so ein ganzes stück aber das geht schon das kann ich vertreten so wo waren jetzt seine Truppen da oder scheint so was ist denn das hier macht ein Schweden hier unten ah okay mhm Moskau ist weg okay irgendwelche Schiffe bist du denn für einer das sieht mir schwer nach pizentina aus willst du denn hin näher wo ja took nee 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 ab brem ist auch dabei eine ach okay genau greift die mal an macht die mal kaputt wie soll die kaputt machen nicht umgekehrt oh man wenn man nicht alles selber macht ja geht doch wo hat das wird diese piraten nation die ist ja schon ein bisschen nervig neun stellen wir bloß ein hin und dann kommen wir erstmal da hoch ach nö jetzt haben sie es doch echt geschafft dann überreichen wir mich im wald mir auch recht und da waren sie futsch und da waren sie futsch soviel dazu auch dominanz und kakao handelt sehr schön auch nennen sie mal durch sehr gut dann würde ich mal sagen frohes besetzen was nun schlimm 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 einmal das sammeln kurz warum und eigentlich durch jane so engen sorgt jetzt der einzige der nicht besetzt es ist holland na super hatte ich nicht eine flotte noch mal hier runde moment auch sehr schön wir müssen hier diese eine kleine provinz dann haben wir schon die ganze kiste sehr schön jetzt versinkt mal die flotte eben repariert ich mal kurz 351 punkte also das reicht dann nicht mal wahrscheinlich na geil so relativ eine der zwingen mal die größte kein land schade So vielleicht. Okay, okay. Fahr mal klein an. Das würde mir auch schon reichen. Oh, Mann. So wäre gut. Hätte nicht mehr so viele was dagegen. Ein separatfrieden. Ah, ist auch nicht mehr. Das ist blöd. Oh, Argentinien existiert ja. Das wäre natürlich auch sehr interessant. So, die eine Galilione noch. Pause. Oh, das Regierungslimit wäre natürlich jetzt optimal. Das kann man nämlich dringend nötig. Am Busch ist wieder Kaiser. Und an Land. Ich habe nicht extra auf dem Flaggschiff integrierte Marineeinheiten. Die ergeben jetzt durchaus Sinn, dass die schneller vom Schiff runterkommen. Das war ja früher nicht so, aber durch diese neuen Mechaniken dauert jetzt das immer ewig. Ich brauche hier mal zehn Schiffe. Zehn. Irgendwelche Dinge zum Weg. Nö. ich hoffe die konnte heil an ich habe hier noch ansprüche eigentlich erzünder nation ich glaube nicht doch ein bisschen sollte uns auch nicht mal so viel jucken schaut mit der anderen annektion aus 84 dauert noch minate dass das daneben kann ich mir eigentlich gerade nicht so leist die schiffe angegriffen da sind wir durch komm mal zurück jetzt schauen wir noch mal das ist blöd england hier das schöne dinges könnte man so machen und wenn ich das direkt wills gehe dann brauche ich mich nicht da mit dem zeug rumlagen jetzt reicht es nicht oder was wirklich ich krieg keine ae das sand das ist so teuer ja komm mal so bitteschön wird zeit mit nack zu anniktieren grieman aachen jeden fall erstmal rück ist einheit okay das wasser schon ja so wäre schön oder ich nehme das geld was hast denn das ist nicht viel so wäre gut aber dafür müssen wir noch ein bisschen Kriege führen wie mir scheint tun wir das mal als nächstes könnte man eigentlich frankreich angreifen was interessieren wir dich oh das ist aber ist so toll hier wenn das alles von harpsburg ist das könnte ein problem werden das ist nicht gut das ist nicht gut so die werden nicht helfen das ist noch besser das ist noch besser so gegen wen kämpft Polen oh geil in Akunio äh schmieden Polen in der Town okay eigentlich auch noch ein schönes Ziel da der Rest auch mal rüber sowohl ich würde eigentlich doch greifen erst mal hier drüben an das ist glaube ich sinnvoller wegen der AE das müssen wir wieder katholisch machen wenn es denn so weit ist mindestens so weit ist ich muss mal festung entsparen viel zu viel von dem ist ich kann auch weg ja und hier das ist eine schöne Bergfestung die würde ich gern behalten ich kann weg ich kann weg das ist ja alles blödes land ich will nicht dass da einer durchkommt ist ja gar nicht so verkehrt steht ungünstig äh stopp nicht ausbauen abreißen danke baue ich lieber hier einen da habe ich mehr von die kleine reicht quasi ein bürgchen na jetzt latschen sie durch oder was muss doch verarschen berge berge habe ich da keine festung gebaut das ist blöd ah jetzt fall blöde festung die mamelungen sind beschäftigt sehr schön da gehen wir mal kurz einsparen ist nur spanien den will man sich auch nicht unbedingt anlegen schön dass wir die kränzen sieht naja uiuiui endlich wurde ja mal zeit hallöscher so dann versenken wir gar noch die flotte jungen general ist wieder tot ah der hier oben so da unten muss man da hin wo kommt man da hin wo kommt man da hin sehr schön hallöscher die armee ist da auch da habe ich was vergessen da muss noch eine flotte hatte ich hier nicht mal eine flotte hergeschickt äh hallo ja soviel dazu da ist alles besetzt wollen die jetzt vielleicht aufgeben ja sehr schön das ist kolumbien geworden doch das wäre das ist hoch schottisch das ist aber blöd hm wie haben die das jetzt bekommen äh äh doof hier passt na gut war so zwar nicht geplant aber dann kann ich leben das sind sie ja ich brauche ich nicht keine dominanz mehr im kakao schade oh hallöchen das mogulreich ist da tritt 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 trallala hmm hmm mameluke wäre jetzt eigentlich auch ein schönes ziel ich würde ja erst mal gegen kakao ich würde ja erst mal gegen kakao muss ich wohl alleine machen gibt's gibt's die anführer auch in gut hallo danke vieles ruppen haben wir eigentlich als gegner habe ich gar nicht drauf geschaut 59.000 ne mehr äh ein bisschen mehr knapp 100.000 ist aber alles kein problem ja das war jetzt blöd das war jetzt mal gegen kakao vielleicht mal ein hinsen ja 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 ich weiß wo habt ihr denn eure armee ach komm wieder nicht hin hier das ist nicht optimal kampfstärke kavalry plus 15 ui ok das schon mal konvertieren und da war eine armee das tut weh mein mann mann das hat ouch gemacht das ist nicht schön 51.000 das ist nicht schön ich brauche schon gar nicht zu körperlich machen eigentlich was moment haben die video die religion gewechselt tatsächlich glaubst du es denn ist schon sehen was davon aus freundchen so bleiben die armeen da kommen sie da kommen sie anmarschiert guck mal guck mal bis zurück noch nicht schlecht Ein ganz guter Typ ist das. Jetzt fehlt uns hier ein Handelseffizienz, sehr schön. Moment, wieso ist Portugal kontrolliert der Kurier? Was soll das? Okay, das war nicht geplant. Auf sieh! Genauso sieht das nämlich aus, Freundchen. Schade, ich will dich nicht. Schade, schade, schade. Bist zu schnell! Manöver 1. Oh, den hier sollte ich lieber schnell laufen lassen. Fällt mir gerade so auf. Krass. Interessanter Name. Ah, knapp verfühlt. Leider komme ich hier. Wichtig. Jetzt habe ich dich. Mann, die. Hau mal aber weg. Da guckt doch blöd. So sieht das nämlich aus. Ah, sehr schön. Wachsende Unterstützung. Das gefällt mir. So, haben wir da irgendwo Schlachten? Eher nicht so. Dann sollte er sich mal hier unten verteilen. Dann hoffe ich, dass da keiner kommt. Das wäre nämlich ungünstig. Aber eigentlich habe ich ja die ganze Armee jetzt soweit vernichtet. Denke ich. Machen wir das mal so. Dann mal los hier. Ach, da oben ist eine. Da fliehen sie. Danke. Danke fürs Gespräch. Ja, jetzt haben wir die Darlehen zurück. Das haben wir. Das sind wir durch. Dann müssen wir noch. Das war. Ach, da kommen wir gar nicht hin. Das ist so ein Säckel. Und da ist schon wieder einer gestorben. Hm. Wie tätig ist eh schon bald. Passt das? Relationsreduktion? Ja. Da glaube ich gar nicht so verkehrt. Oder? Da. Da. Okay. Weißt du nicht. Was sind für die Knochen? Da rasch. Das ist mir gar nicht so, weil ich nicht so. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Ich weiß gar nicht. Das ist radikalere Form. Ich brauche eigentlich durchaus die ganzen Punkte. Danke. Oh ja. Bedingt. Danke. Machen wir das hier erstmal durch. Dringend. So jetzt schwimmen die hier mal durch die Festung kommen. So wie schaut es nie aus. Oh Hallöchen. Machen wir jetzt mal die Schiffe zusammen. Immer noch nicht. Ja. Ja. Drücken. Ja. Das ist okay. So. Versuchen wir es nochmal mit dem da hinten. Na. Was ist denn für einer? Ja. Das sind nach zehn Transportschiffen. Nämlich einfach die. Mensch. Das ist doch viel einfacher. Ja. Ja. Na. Gesundheit. sehr schön. Sehr schön. Da sind wir durch. Dann geht es da langweiler. da. Da. Und da hoch. Äh. Achso. das. Da kann ich natürlich lange warten. Natürlich die Frage wo stecken. so ne. Ja. Ja. da oben irgendwo. Ein heiliger Mann sein gekommen. Sehr schön. Das freut. Äh. Das freut mich zu hören. Schwer dir. Der steckt da hinten irgendwo. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Oder auch nicht. Hm. Vielleicht habe ich mich auch geübt. Vielleicht habe ich mich auch geübt. Keiner da. Hm. Äh. Zehn. Na. Ist ein bisschen teuer. Nehmerspiel. Na. Schnitzel. Aufbauen. Schauts mit der. Unruhe aus. Ah. Irgendwas. Ach. Das ist die hier. Ist alles ein bisschen teuer. Da ist der billige. Dann nehmen wir den. Ja. Auch noch einen billigen. Ne. Alles so arschteuer. Alles so arschteuer. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Wir laufen. Ja, ich bin ja.